Im Rahmen gebrochen-rationaler Funktionen werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man eine Partialbruchzerlegung durchführt, abgekürzt PBZ. Und zwar, ich werde hier hauptsächlich die Grundlagen behandeln, das bedeutet die Beispielaufgaben sind eher relativ einfach bis mittelschwer. Komplexere Aufgaben sowie die Integration durch Partialbruchzerlegung findet ihr am Ende im Abspann. Als erstes wollen wir uns natürlich eine kleine Übersicht über diese gebrochen-rationalen Funktionen verschaffen. Und zwar, gebrochen-rationalen Funktionen können anhand des Grad des Zählers und des Nenners in zwei Typen unterteilt werden. Damit ist gemeint, wenn man beispielsweise eine gebrochen-rationalen Funktion hat. Der Grad des Zählers ist die höchste Potenz, die man im Zähler findet, und der Grad des Nenners ist natürlich die höchste Potenz im Nenner. Also in diesem Fall wäre im Zähler die höchste Potenz 3 und im Nenner die höchste Potenz 1. Kurz gesagt, wir können sagen, dass der Grad des Zählers höher ist als der Grad des Nenners. Bei der nächsten Funktion. Im Zähler haben wir 2 als höchste Potenz und das ebenfalls auch im Nenner. Also in diesem Fall können wir sagen, dass der Grad des Zählers gleich ist mit dem Grad des Nenners. Und im letzten Fall haben wir im Zähler den Grad 1 und im Nenner den Grad 2. Also in diesem Fall ist der Grad des Zählers kleiner als der Grad des Nenners. Bei den ersten zwei Fällen nennt man die Funktionen unecht gebrochen-rational und beim letzten Fall echt gebrochen-rational. Und jetzt, was bringt uns diese Unterteilung? Naja, bei den echt gebrochen-rationalen Funktionen können wir gleich mit der Partialbruchzerlegung loslegen. Bei dem unechten muss man zuerst durch Polynom-Division die ganze Funktion ein Polynom und eine echt gebrochen-rationale Funktion zerlegen. Und ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir jetzt zu jeder dieser Funktionstypen eine Beispielaufgabe anschauen. Also das wäre jetzt die erste Beispielaufgabe und natürlich ist die erste Entscheidung, die ihr treffen müsst, die Tatsache, ob die Funktion unecht bzw. echt gebrochen-rational ist. Wie ihr hier wahrscheinlich erkennen könnt, im Zähler haben wir Grad 3, im Nenner Grad 1, also unecht gebrochen-rational. Und da haben wir bereits gesagt, in diesem Fall, durch Polynom-Division muss man diese Funktion in ein Polynom und eine echt gebrochen-rationale Funktion zerlegen. Also führen wir jetzt eine Polynom-Division und zwar Zähler geteilt durch Nenner natürlich. Wir fangen mit dem Zähler an, wir haben dann x hoch 3, dann vielleicht als kleine Hilfestellung, hier fehlt uns die x hoch 2 Potenz, deshalb können wir dafür eigentlich einen Platzhalter benutzen. Man schreibt üblicherweise sowas wie 0 mal x hoch 2, das ist natürlich 0, also ist nur ein Platzhalter. Dann minus 4x plus 2 und das Ganze geteilt dann durch x plus 1. Regen wir los. Als erstes teilen wir x hoch 3 durch x und da haben wir halt als Ergebnis x hoch 2. Dieser x hoch 2 wird rückwärts multipliziert mit jedem Term hier sozusagen im Nenner und dann mit umgedrehtem Vorzeichen hier nach vorne geschieben. Also x hoch 2 mal x sind natürlich x hoch 3, schreiben tun wir minus x hoch 3. Dann x hoch 2 mal 1 sind natürlich x hoch 2, schreiben tun wir minus x hoch 2. Dann fassen wir das Ganze zusammen. x hoch 3 verschwindet natürlich und hier hinten haben wir dann 0 minus x hoch 2 sind minus x hoch 2. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, das ist eine Möglichkeit, Polynom-Division durchzuführen. Alternativ kann man auch hier mit einem Minus-Klammer arbeiten. Ich mag das allerdings nicht, deshalb auf die Weise. Jetzt nehmen wir noch einen Term nach unten. Und jetzt geht alles von vorne los. Also wir teilen erstmal minus x hoch 2 durch dieses x hier. Entsprechend haben wir dann minus x. Dann minus x mal x sind minus x hoch 2. Wir drehen das Vorzeichen um und schreiben plus x hoch 2. Das gleiche Spiel nochmal mit der 1. Minus x mal 1 sind minus x. Wir drehen das Vorzeichen um und schreiben plus x. Dann wird natürlich wieder alles zusammengezählt. Das verschwindet wieder und minus 4x plus 1x sind minus 3x. Dann müssen wir nur noch die 2 runterbringen. Also jetzt minus 3x geteilt durch x sind minus 3. Und dann minus 3 mal x minus 3x. Wir drehen das Vorzeichen um und schreiben plus 3x. Beziehungsweise minus 3 mal 1 sind minus 3. Vorzeichen umgedreht ist plus 3. Also am Ende, wenn wir alles zusammenzählen, bleibt hier nur eine 5 übrig. Und mit Hilfe dieser 5 können wir dann sozusagen unser Rest bilden an dieser Stelle. Also hintendran, hinter unser Polynom oder Ergebnis, hängen wir dann 5 durch den Nenner. So bildet man den Rest. Denn unser Nenner war ja x plus 1. Wie bereits angekündigt, haben wir jetzt diese gebrochenrationale Funktion in einem Polynom aufgeteilt. Das wäre hier unser Polynom. Und eine echt gebrochenrationale Funktion. Übrigens, diese Funktion ist an dieser Stelle nicht mehr zerlegbar. Wie ihr erkennen könnt, anhand der Hochzahl hier Nenner, x hoch 1. Also sind wir damit fertig. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Auch hier zuerst schauen, wie es aussieht mit dem Grad des Zählers und des Nenners. Also, die sind in diesem Fall identisch. Das bedeutet, wir haben immer noch eine unecht gebrochenrationale Funktion, die wir mit Hilfe von Polynomendivision zerlegen wollen. Und wir teilen mal wieder Zähler durch Nenner. Entsprechend haben wir dann x² minus 3x plus 1 geteilt durch x² plus 3x plus 2. Ist gleich. Wir fangen wieder mit der höchsten Potenz an. x hoch 2 geteilt durch x hoch 2 sind natürlich 1. Und dann praktisch die 1 rückwärts multiplizieren mit jedem Term hier im Nenner. Also 1 mal x hoch 2 sind x hoch 2. Wir drehen wieder das Vorzeichen um und haben hier minus x hoch 2 stehen. 1 mal 3x sind 3x. Wir drehen wieder das Vorzeichen um und haben dann minus 3x. 1 mal 2 sind 2. Mit umgedrehtem Vorzeichen sind es minus 2. Dann zählen wir alles zusammen. x hoch 2 fällt weg. Und dann haben wir minus 6x. Und 1 minus 2 sind minus 1. Allerdings sind wir an dieser Stelle schon fertig mit der Polynom-Division, weil dieser Term hier unten, minus 6x minus 1, einen niedrigeren Grad hat als der Nenner. Der ist hoch 2. Das bedeutet, wir können nicht weiter teilen. Und deswegen bilden wir mit Hilfe dieses Terms unser Rest. Also wir haben dann an dieser Stelle plus minus 6x minus 1 geteilt durch diesen Nenner. Und zwar x² plus 3x plus 2. Und ich hoffe, dass es schon erkennbar, dass es nicht so einfach aussieht wie bei der letzten Beispielaufgabe. Dieser Term ist theoretisch noch zerlegbar. Deshalb kommt jetzt ein weiterer Schritt. Und zwar, wir müssen den Nenner zerlegen. Und zwar in Produktform. Dafür nehmen wir erstmal den Nenner und setzen es gleich 0. Also um die Produktform zu bilden, müssen wir sozusagen die Nullstellen des Nenners kennen. Wenn überhaupt welche existieren. Aber, das müssen wir erstmal überprüfen. Und zwar diese Gleichung kann man problemlos mit der ABC oder Mieternachtsformel lösen. Ich gehe davon aus, dass die bekannt ist. Deshalb zerlege ich das Ganze und setze in die Formel ein. Also x12 ist dann minus 3 plus minus Wurzel aus 3 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal 2. Und das Ganze durch 2 mal 1. Dann rechnen wir natürlich zuerst diesen Term unter der Wurzel aus. Da haben wir 9, minus 8 sind entsprechend 1. Wurzel aus 1 ist 1. Und das Ganze geteilt durch 2. Und damit haben wir eigentlich unsere zwei Lösungen. x1 ist dann entsprechend minus 3 minus 1 durch 2 sind dann minus 2. Und x2 ist dann minus 3 plus 1 durch 2 sind dann minus 1. Mit Hilfe dieser Nullstellen des Nenners bilden wir dann sozusagen die Produktform oder Linearfaktoren für den Nenner. Und die sehen dann so aus. Aus dieser Nullstelle entsteht ein Linearfaktor mit x plus 2. Das heißt praktisch, ihr bringt einfach die minus 2 rüber mit plus 2 und damit habt ihr schon einen Linearfaktor. Und aus der unteren Nullstelle entsteht ein Linearfaktor mit x plus 1. Aus diesem Grund kann man dann den Nenner auch so schreiben. Also ich schreibe mal hier kurz Nenner. Als x plus 2 mal x plus 1. Und mit Hilfe dieses Nenners können wir auch unsere Funktion ein bisschen anders darstellen, so dass wir den Ansatz für die Partialbrüche bilden können. Die Funktionen sind dann entsprechend so aus. Also f von x, schreibe von oben ab. Also hier, wo wir sie zerlegt haben. 1 plus. Und jetzt oben im Zähler bleibt ja natürlich minus 6x minus 1. Und den Nenner schreibe ich jetzt in Produktform hin. Also entsprechend x plus 2 mal x plus 1. Um den Ansatz für die Partialbrüche zu bekommen, muss man sich einfach nur ein paar Gedanken machen, wie dieser große Bruch hier entstanden ist. Naja, durch das Zusammenfassen zwei kleinere Brüche. Also verallgemeinert kann man das Ganze dann so zerlegen. Also mit dem ersten Nenner können wir einen Bruch bilden. Und zwar, üblicherweise schreibt man immer a, ein Koeffizient, der unbekannt ist, durch den Nenner x plus 2. Und für den zweiten Bruch nehmen wir dann b durch den zweiten Nenner x plus 1. Und als nächstes lassen wir natürlich dieser 1 hier vorne außer 8 und konzentrieren uns nur auf diesen Bruch und seine zerlegen. Also wir können dadurch behaupten, dass dieser Riesenbruch zerlegbar ist in a durch x plus 2 plus b durch x plus 1. Und jetzt fehlt uns nur noch die Bestimmung der Koeffizienten a und b durch Koeffizientenvergleich. Also wir nehmen unsere Zerlegung vom Feuer. Aber bei näheren Hinschauen sollte euch auffallen, dass dieser Koeffizientenvergleich im Moment gar nicht möglich ist. Also wir müssen diese Gleichung sozusagen noch ein bisschen bearbeiten, bis wir soweit sind, dass wir einen Koeffizientenvergleich starten. Vom Prinzip ist es immer das gleiche zu tun. Ihr müsst diese zwei einzelnen Brüche zusammenfassen zu einem großen Bruch. Und natürlich braucht ihr dafür einen Hauptnenner. Entsprechend erweitern wir den ersten Bruch mit x plus 1, also oben und unten erweitern. Ich quetsche hier einfach das Ganze dazu. Also das Ganze könnte so aussehen. Hier mit x plus 1 erweitern. Und unser zweiter Bruch müssen wir natürlich mit dem Nenner vom ersten Bruch erweitern. Entsprechend x plus 2. Also dann haben wir auch hier mal x plus 2. Wenn wir das Ganze dann über einen Bruchstrich schreiben, wird es so aussehen. Und jetzt müssen wir oder können wir den Nenner wegmachen, indem wir einfach mit diesem Nenner durchmultiplizieren. Natürlich unter der Voraussetzung, dass hier x verschieben von minus 2 ist und x verschieben von minus 1. Versteht sich. Sonst existieren diese Brüche nicht. Und letztendlich sind wir dann schon deutlich weiter gekommen. Wir haben dann nur noch eine Gleichung, wo wir auf der rechten Seite das Ganze so umformen müssen, dass wir halt die passenden Werte für a und b erkennen können. Das heißt, die linke Seite lasse ich an dieser Stelle unverändert. Also minus 6x minus 1 ist gleich. Und auf der rechten Seite werde ich dann entsprechend zuerst die Klammern auflösen. Das sieht das Ganze so aus. ax plus a plus bx plus 2b. Und jetzt werden wir die Terme ein bisschen ordnen. Das bedeutet, ich trenne auf der rechten Seite die x-Terme von den alleinstehenden Zahlen. Also minus 6x minus 1 ist gleich ax plus bx plus a plus 2b. Entsprechend fällt uns jetzt nur noch ein einziger Schritt, damit wir praktisch diesen Koeffizientenvergleich starten können. Und zwar, wir müssen die rechte Seite so umformen, dass sie vom Aufbau wie die linke aussieht. Das heißt, die linke natürlich wieder übernehmen. Und hier klammern wir erstmal aus diesen ersten zwei Termen das x aus. Ich klammere es jetzt mit Absicht nach hinten aus. Das bedeutet, ich habe dann a plus b in Klammer mal x und am Ende noch plus a und plus 2b. Und erst jetzt können wir tatsächlich diesen Koeffizientenvergleich starten. Das bedeutet übersetzt, die Zahl vor dem x oder der Koeffizient vor dem x auf der linken Seite, also entsprechend dieser minus 6, muss identisch sein mit dem Koeffizient vor dem x auf der rechten Seite. Entsprechend muss dann auch die minus 1 identisch sein mit a plus 2b. Durch diese Ansätze kriegen wir dann sozusagen ein linearer Gleichsystem. Also als erstes könnten wir dann sagen, a plus b soll minus 6 sein und entsprechend a plus 2b ist dann minus 1. Also das ist ein sehr einfaches linearer Gleichsystem, das ihr entweder mit Additionsverfahren oder Einsetzverfahren oder wie auch immer lösen könnt. Ich werde mich jetzt dazu entscheiden, die zwei Zeilen voneinander abzuziehen. Das bedeutet, sobald ich obere minus untere Zeile rechne, fliegt a raus und da haben wir eigentlich unser Ziel fast erreicht. Also wenn ich das Ganze jetzt zusammenzähle, habe ich dann a minus a ist weg. b minus 2b sind entsprechend minus b. Und minus 6 minus minus 1 sind natürlich dann minus 6 plus 1 sind minus 5. Und damit ist natürlich b gleich 5. Also wenn wir das Ganze oben mal minus 1 nehmen. Und dieser Wert für b können wir nutzen, hier in der ersten Zeile auch einen passenden Wert für a zu bestimmen. entsprechend haben wir dann a plus 5 ist gleich minus 6. Wir bringen die 5 rüber mit minus 5. Somit ist a gleich 11. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist dieser zerlegte Bruch hinzuschreiben. Also f und x ist gleich. Wir erinnern uns, vorne stand eine 1. Und dann kam sozusagen dieser Bruch hier. Und den haben wir jetzt zerlegt in zwei Partialbrüche. Entsprechend müssen wir nur die Werte für a und b hier oben einsetzen. Und damit haben wir schon die Zerlegung. Also statt a habe ich dann entsprechend minus 11 durch x plus 2. Und statt b haben wir dann 5 durch x plus 1. Damit ist die Aufgabe fertig. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Eine Zusammenfassung der Lösungsansätze gibt es erst nach der dritten Beispielaufgabe. Also gleich. Und zwar, um dieses Video nicht unnötig in die Länge zu treiben, habe ich jetzt die Lösung schon schrittweise vorbereitet. Und das werden wir uns dann gemeinsam anschauen. Also, in erster Reihe müsst ihr wieder entscheiden, ob unecht bzw. echt gebrochen nationale Funktionen. Und ich glaube in diesem Fall ganz gut erkennbar. Grad des Zählers 1, Grad des Nenners ist 2. Also ist eine echt gebrochen nationale Funktion. Und damit können wir uns die Polynom-Divisionen sparen. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist den Nenner zu zerlegen. Und in Produktform darzustellen. Also, Nenner gleich 0 setzen. Dann diese ABC- oder Mieternachsformel anwenden. Somit kriegen wir zwei Lösungen raus. x1 ist minus 2 und x2 ist minus 3. Damit können wir auch die Produktform des Nenners aufstellen. Als nächstes natürlich folgt der Ansatz der Partialbrüche mit dieser unbekannten Koeffizienten a und b. Und hinten in Klammern steht bei einfache Nullstellen. Übrigens, auch bei der Beispielaufgabe davor stand das Gleiche. Was das genau bedeutet, werden wir erst am Ende bei der Zusammenfassung sehen. Es gibt auch schlimmere Fälle, nun mal so, als kleine Vorwarnung. Also, entsprechend zerlegen wir jetzt diesen Bruch in zwei Teilbrüche oder Partialbrüche. Und es wird wieder erweitert bei diesen zwei Brüchen, sodass wir rechts einen Hauptnenner haben. Das bedeutet, wir haben dann unseren Ansatz zur Bestimmung der Koeffizienten. Und ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern. Dann wird alles mit diesem Hauptnenner durchmultipliziert. Und entsprechend bleibt nur noch eine Art einfache Gleichung am Ende. Entsprechend können wir dann auf der rechten Seite wieder diese Klammern auflösen und die Terme so gruppieren, damit man diesen Koeffizientenvergleich starten kann. So, wenn ihr jetzt links und rechts das Ganze anschaut, dann solltet ihr erkennen, dass a plus b 1 sein sollte, weil vor dem x eine 1 steht. Und außerdem 3a plus 2b muss minus 1 sein. Dieses sehr kleine lineare Gleichsystem können wir natürlich auch durch Additionsverfahren lösen. Das bedeutet, ich multipliziere beispielsweise die erste Zeile mit minus 2 und addiere sie mit der zweiten. Dabei fliegt b raus. Entsprechend haben wir dann für a minus 3. Diese Lösung können wir dann in der ersten Zeile wieder nutzen und einsetzen, um b zu bestimmen. Also wir bringen dann die minus 3 rüber und b ist 4. Das einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die zerlegte Funktion und die können wir jetzt auch problemlos angeben. Also die Gleichung lautet dann minus 3 durch x plus 2 plus 4 durch x plus 3. Ihr könnt diese Beispielaufgabe auch gerne als Übungsaufgabe nutzen, also selbst rechnen und dann mit meinen Ergebnissen vergleichen. Wie versprochen, an dieser Stelle noch eine kleine Zusammenfassung über die benutzte Vorgehensweise. Also Punkt 1 wäre gewesen, wenn die Funktion nicht echt gebrochen rational ist, dann müssen wir immer diese Polynom-Division zuerst durchführen. Wenn die Funktion schon echt gebrochen rational ist, dann können wir gleich loslegen mit der Partialbruchzerlegung. Im zweiten Schritt müssen wir den Nenner zerlegen und in Produktform darstellen. Und dann folgt der Ansatz der Partialbrüche mit unbekannten Koeffizienten. An dieser Stelle haben wir uns in diesem Tutorial nur mit der Partialbruchzerlegung beim einfachen Nullstellen beschäftigt. Außerdem gibt es noch Partialbruchzerlegung bei mehrfacher Nullstellen beziehungsweise Partialbruchzerlegung bei quadratischem Faktor. Und beim letzten Schritt, also bei dieser Bestimmung der Koeffizienten, gibt es leider auch Auswahl. Wir haben hier nur ausschließlich Koeffizientenvergleich benutzt, weil es meistens die einfachste Methode ist und sie auch immer einsetzbar ist. Allerdings gibt es noch die sogenannte Einsetzmethode. Die ist auch immer möglich, nur ein bisschen umständlicher meiner Meinung nach. Und die sogenannte Zuhaltemethode. Die ist allerdings nur für Linearfaktoren einsetzbar. Und ich glaube, spätestens jetzt ist es eigentlich gut erkennbar, dass Partialbruchzerlegung ein sehr umfangreiches Thema ist, verbunden mit sehr viel Rechenaufwand. Zum Schluss noch ein paar kurze Hinweise. Wie bereits angedeutet, es gibt auch komplexere Aufgaben zur Partialbruchzerlegung. Und der Hauptanwendungsbereich der Partialbruchzerlegung ist eigentlich die Integration komplexerer Funktionen. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich, vor allem im Studium, noch weitere Integrationsregeln, die von großer Bedeutung sind, wie beispielsweise Partielle Integration und Integration durch Substitution. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.